Hallo und herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Channel von www.der-trump.de eurem Online-Shop für Whisky, Gin und Liköre. Und heute für euch auf den Tisch von Glenn Kinsey, der 12-jährige The Edelberg Malt, Hauptstadt-Destillerie, kleine Destillerie, wir schnacken gar nicht lang rum, gucken, ich habe noch einen kleinen Zempler davon da, wir probieren den guten gleich. Selbstverständlich, wie alle Whisky's, die wir hier verkosten, ist auch dieser Glenn Kinsey 12 Jahre für euch im Shop erhältlich. Habe ich selten gerochen, so einen intensiven Malzgeruch, bisschen Zitrusfrucht dabei, aber definitiv allüberragend Malz, das sind auch keine Noten mehr, das ist ganz deutlich. Und ich will jetzt nicht sagen Blumenwiese, aber sowas Florales schwingt da definitiv auch mit. Keine Allerwelsnase, das ist definitiv. Keine Allerwelsnase, das ist definitiv. Das Malzige wird dominanter, das Florale wird dominanter und die Zitrusfrucht ist weg. Für mich jetzt ganz spezieller Whisky hatte ich so noch nie im Glas, noch nie in der Nase und auch noch nie im Mund. Also wirklich sehr dominiert von Malz. Da kommt hinten raus, ich fasse es nicht, dass ich das ernsthaft sage, da kommt hinten raus tatsächlich so ein bisschen Heidekraut. Super mild, super rund und super anders. Wenn ihr was Spezielles wollt, das keinen Rauch hat, das überrascht, das nicht mit den klassischen Nuancen von einem Whisky auftritt, ist das auf jeden Fall eine Option für euch. Wie immer, jeden Whisky, den wir hier vorstellen, gibt es bei uns im Shop. Schaut mal vorbei, uns und insbesondere mir, bleibt zu sagen, danke fürs Zusehen, bleibt gesund. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert das Glöckchen, damit ihr immer informiert seid, wenn neue Videos von uns kommen. Und damit wünschen wir euch noch einen schönen Abend. Grüße aus dem Fuchsbau von www.der-drum.de Vielen Dank.